einen wunderschönen guten tag hier bei gta wir sind hier bei drug wars wieder am start level aufgabe vier war das gerade jane erste dosis vier hat mir nicht gesagt der ist freddurst das war ich auch immer ja die haben fast zu viele flachen wie du rd rd der berber es ist ein uhr war warum muss ich denn jetzt hier trinken hier es ist kein braun ist was ein augen nach bei gta machst du da echt was anderes der hübscheste von uns hier guck doch mal meine kürze sind sofort raus ich weiß nicht was mit ihren nasen und augen gemacht aber kürzi warum hast du eyeliner genommen hast du kein ich bin gerade geflasht ja nach ein schlubbier bist du schon so drauf stand ja ich spreche mich hiermit gegen drogen aus ich spreche mich hiermit für drogen okay dieses video können wir niemals online stellen warum sie ja mal kaffee ich wollte auf r2 gas gehen ich habe warum der typ ist das nicht pacco ich habe hier ein probier ich habe scheiße gemacht und die sind alle hinterher gefahren ich habe eine hexenmaske auf oder so eine trollmaske oder so eine hexe hier kommen lkw vom himmel die kommen mir entgegen die kommen aber die kommen vom himmel kann man springen ich bin im wasser ich bin in der luft ich kann mich nicht mehr alter was ist aber ganz ehrlich gemacht ja das ist mega wie ich auf wasser gerade ist okay okay ich kann das soll so sein das soll so sein bei mich ist sie als selbstmode gegangen ja das soll so sein ich bin kurz zu kiff nein ob du sechs und selbstmode gegangen du hast sie ich bin nicht zu kiffloom oh nein trotzdem hab ich den ehd noch mit dem gefahren ja ey zu kiffloom oh alter Ich habe mich gefragt, ob ich die Wand berühren darf. Ihr dürft die Wände wirklich nicht berühren. Wir haben Rockstar vorhin herausgefordert, jetzt kriegen wir die Quittung. Boah, ich fühle mich schlecht, Alter. Das ist wie auf Parookaville, Alter. Fahr ich hier gerade überhaupt? Waffe los, oder? Hä? Ja, aber wie fahre ich denn? Nein! Doch! Ich stehe! Meiner fährt einfach rückwärts. Du musst die Bremse drücken. Ach, es ist alles Spiegelverkehr. Scheiße! Ihr müsst nach rechts lenken, wenn ihr nach links wollt. Mit L2, ja. Und auf L2 Gas legen. Ja, das ist nicht so. Nolan von Afrika. Boah. Ich komme mit dir. Ja. Unten ist doch alles... Alter, ich komme hier wieder raus aus der Weg. Boah. Alter, was geht hier ab, ey. Wir sind auf Fahrrädern losgefahren. Ich dachte, wir machen jetzt einfach nur eine besoffene Tour, aber dann... Boah. Ey, das war mehr als Alkohol. Ich bin nicht der Hase. Was seid ihr? Ey, ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger. Ich darf sie ja den Hasen jagen. Ich darf auch schießen. Manni jagen. Ich bin der Jäger. Komm, dicker Hase. Komm. Komm, Paco. Boah, das Zielen ist echt komisch. Ja, wir laufen dem dicken Hasen hinterher. Der läuft da durch die Felder. Hey, warum läuft der mir hinterher? Weil du ein dicker Hase bist. Manni, du auch. Manni, du auch. Ja, Manni. Dich haben wir direkt vor der Flinte hier. Genau so ist es. Sieh, lass dich ablenken. Ich bin gleich am Ziel. Du bist das Bauernopfer. Alles klar. Oh. Jetzt bin ich auch ein Hase. Ich bin am Ziel. Ich hab dich zum Hase gemacht. Ich kann nichts machen gerade. Jetzt fliege ich davon. Oh. Ich fliege auch in den Himmel gerade. Head up. Nicht zählt mich am Boden. Ich geh ab. Alter, das ist ja hier. Das ist ein sehr geiles Level. Das muss man mal gerade sagen. Boah. GG an Rockstar. Das ist ein sehr geiles Level. Ich komm da nicht hin. Nein, ich hab's verkackt. Ich auch. Boah, ich hab mich einringen. Ich hab mich einringen. Ich hab mich einringen. Ich hab mich einringen. Mit dem Kopf. Bam. Ich hab mich auch. Ich schwör doch wieder auf. Oh oh. Es knallt. Alter. Ja, ich wollte gerade sagen. Wir sind wieder runtergefallen quasi. Wir sind von unserem Trip runtergekommen. Decks ruft an der Ruhe hin. Wo sind meine Klamotten? Und was für eine geile Buchse ich an hab. So ist egal. Wo seid ihr Männer? Ich komme hier in Richtung zu irgendeinem. Also vom Trip runtergekommen bin ich noch lange nicht so wie das hier aussieht. Ach, das ging da nicht so weit weg von einem. Ich hab aber kein Hase mehr. Oh, überlebt. Trip überlebt. Man kann da sterben? Keine Ahnung. Ich bin mit dem Kopf gerade voll aufgeklatscht. Ich wollte gerade sagen. Ich hatte jetzt aber auch Situationen, wo ich das jetzt nicht so gesehen hätte, dass ich überlebt hab. Danke für den LSD-Trip und hoffe gerne nochmal. Danke für den LED-Trip. Haha, witzig. Ja. Haha. Haha. Alles klar, jetzt lädt er so lange. Und sonst, wie geht's euch, Jungs? Alles gut? Ich kenne sich gar nichts an. Ich kenne sich gar nichts an. Das, was Manfred sagt. Sehr gut, Kövi. Da bin ich. Wo bist du? Auf der Mitte, wo bist du? Ja, jetzt komm ich auch. Ja, PSC, EVS, win. Wo bist du? 50.000 haben wir dafür gekriegt. 20.000. Ah, wir haben uns ja verplappert. Aha. Wieso verplappert? Ich wurde 20.000 gekriegt. Christian scheint immer mehr als der Rest, ne? Toll. Kann sein, ich bin ja auch der Boss. Du bist nix, Chris. Ich bin der Boss. Lass uns einnehmen. Ich muss erst mal da hinfahren. Es gibt im Moment gar nichts, wo ich hinfallen kann. Was? Es dauert einen Moment, bestimmt, bis die anrufen oder so. Kein Moment. Kein Moment. Hey, nimm mich mal mit. Eine verlierte Vodka. Nimm mich mal mit. Wer soll anrufen? Ach, ich hab ein eigenes Auto. Und wo müssen wir jetzt hinfahren? Nirgendwo. Wir müssen jetzt warten. Das Pako da hängt. Ach, erst mal Armonation, würde ich sagen. Armonation. Du hast doch gar nicht geschossen. Ja, aber ich hab trotzdem keine Rüstung mehr. Hä? Aber er ist ja nicht weit. Aber wir müssen doch jetzt wieder zu dem Erder einfach, oder nicht? Auf der Karte. Na, Moment. Da ist der Anruf für mich. Das war ein verdammt geiler Trotz. Mamm. 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 Warum ist denn die Scheibe bei mir hinten eingeschlagen? Ich soll jetzt vorbeikommen, wenn ich Zeit hab. Nächster Stopp, die Unendlichkeit. Das hört sich toll an. Kommt jetzt Dosis 5? Warum ist denn dein Auto abgeschlossen? Ich hab keinen Zugang zu deinem Auto. Fuck you. Sind wir überhaupt auf einer Karte? Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich hab noch gerade eine Sache. Also hier ist der höchste Rang, den ich sehe. 573. Ne, 762. Alter. Das ist krass. Crazy. Was machen wir? Ja, ich bin jetzt hier hingefahren. Einladung sind raus. Einladung angenommen. Einladung angenommen. Zack. Habt ihr alles gekauft? Ja, alles gut. Alles gut. Let's get the body started. Erste Dosis 5. Das klingt gut. Make war, not love. War auf ein Köhlerchen, Männer. Ein Köhlerchen. Ich trinke gerade eine Zub. Eine what? Eine Zub? Da muss man auch eine Zub. Seven up. Ich meine, 7 up. Dann wollen wir mal hier. Hippie Camp. Haben wir mit einem Auto oder? Ne, ich hab keinen Viersitzer leider dabei. Wo war hier? Wer weiß das für Viersitzer hier oder nicht? Ja, dann fährt aber diesmal auch niemand anderes. Gaby hat einen Viersitzer. Gaby fährt. Boah, er hat für alle Freunde sogar Zugang verkehrt. Achso, ja, warte aber. Wie mache ich das denn? Mach. Fahrzeuge. Mach einfach nur Beifahrer. Ja. Ja, die Türen sind außen. Ja. Boah, am liebsten Mann. Das finde ich halt eher dafür. Schau, wie Kübel fährt. Ansonsten aus dem Ori von gestern. Besser mit Trocken, Alter. Alter, ich gucke gerade rüber zu Küwi. Ich würde dich gerne mit einer Bratwanne gegen den super Kopf schlagen, damit du deine Nase rauskommst. Du bist platt von vielen Känzen, ich bin ein MMO-Fighter gewesen. Ich wollte ganz sagen, Alter, boah, ist die platt, ey. Oh, Manni ist aber echt ein hässlicher Vogel, ey. Ey, was soll das denn? Ja, auf seiner Stirn kannst du Fußball spielen, Alter. Seit früher ich ne Hose anhabe, früher war ich immer ohne Hose unterwegs. Sein Tigerhose, ich weiß das noch, ey. Auf dem Hippie-Camp, meiner, auf dem Hippie-Camp. Wer schießt denn hier? Ich nicht. Ja, wer ist hier? Unser, unser Problem-Kind. Zia, lass das. Manni? Ich weiß nicht. Ich muss das Pett gar nicht anziehen. Seh mir doch keinen. Ne. Unser Problem-Kind. Ja. Friendly Fire gibt's hier nicht, ne? Zum Glück. Hab ich hier ausgestellt. Alles klar. Bevor man da ist, mal gucken, ob da Gegner sind. Ne, manchmal landen wir dann immer mittendrin so, ne? Das steht doch wieder hier unser Truck hier. Den müssen wir doch nehmen, oder nicht? hier steht einfach nur begibt sich zum camp zerstören die okay das sind mpcs die zu uns gehören aber die alten kann ja nie laufen da da hinten sind die es ist nicht mehr da wie auf dem schon mal dauern alter fuck um fuck um fuck um fuck um ach man ist jetzt hier Achtet auf eure Energie auch. Achso, das bist du. Ich bin's. Was müssen wir hier machen? Keine Ahnung, ich schieße gerade da hin und gucke, ob man da irgendwas kaputt machen muss. Warte, 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 man kann ja... Ja, ja, ich schieße hier. Okay, das hat aber nicht gereicht am Schlamt. Doch, die Ausrüstung ist ja ein bisschen schade. Jetzt fällt das noch mal. Es brennt hier drin, ich hab's schon rennen geworfen. Ja, jetzt ist es zerstört. Meine Männer, ich brauche Hilfe, wo seid ihr? Ich schieße hier. Okay. Aber gut, da kommt er gerade. Boah. Wow, 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 wow. Wir müssen zu diesem markierten Häuschen hinten auf der Map und die Häuschen wegmachen, ne? Blaue Farbe. Nein! Oh, ich hab jetzt nicht aufgepasst. Das ist ja überraschend. Oh, es geht schon wieder los. Da ist er wieder weg. Da brennt schon, ich weiß nicht, ob das reicht. Ob das jetzt nach und nach abbrennt dann weiter. Ja, ja, das ist reichen, einfach die Fässer anschießen. Ja, ja, ja. Hinter dir! Ich werfe nochmal eine Bombe rein. Du siehst das auf der Map doch, ob die weggehen. Diese Smiley-Stars. Eine Hute haben wir noch, da wo ihr seid. Seid vorsichtig, wenn ihr auf was schießt, was ihr nicht in der Nähe steht. Oh, fuck. Boah, jetzt drauf hier wollen wir zwei Gingern auf, alter. Offen, nix. Wir haben noch eins. Genau. Show them what a real trip tastes like. It's a double fuck again. Woo! We just need to find out where their delivery vans are going. They must have a log in their GPS somewhere. Wo bleiben? Jetzt kommt noch einer. Wo noch mehrere? Hinter uns. Wir sind ähnlich. Ich bin da ein Hippie-Bus. Ja, hier ist der Hippie-Bus. Ah, hier. Weg vor meiner Nase. Boah. Ich bin eingestiegen. Hey, ich bin da hier im Hippie-Bus. Irgendwie sind wir jetzt auch im Hippie-Bus. Ich hatte auch einen angezeigt. Ich bin nicht im Hippie-Bus. Wo seid ihr denn? Ich bin nicht im Hippie-Bus. Ja, ich komme zu eurem Hippie-Bus. Zerstöre die Lieferwagen. Alter. Ich habe einen Hippie-Bus. Deiner ist heiler. Bei mir sind schon Reifen kaputt. Und dann kommt noch einer. Wir fehlen noch. Achso. Hinter uns. Hinter dir ist noch ein Gegner verkauft. Den Platz habe ich den Platz gemacht. Er ist weg, er ist weg. Komm, 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 komm. Ja, aber wir können mal cool. Oh. Wohin jetzt? Jetzt zerstöre die Lieferwagen. Die roten Punkte da. Nee, ich habe hier eine... Ich habe hier eine Markierung, wo ich langfahren muss. Eine Lilande, ne? Die ist bei den roten Punkten. Ja, die habe ich hier gesetzt. Aber die roten Punkte sind... Aber die bewegen sich. Ja, sind Gegners. Und die bewegen sich. Wo sind... Links, oben, links, unten. Die Markierung ist weg? Ja, ich weiß, weil die Ziele sich bewegen. Ich fahre einfach weiter. Okay, dann lohnt es mich. Der kommt uns vielleicht gleich entgegen. Wir kommen jetzt gleich auf so eine Autobahnkreuz hinzu. Der kommt uns entgegen. Der kommt gleich. Ja, aber vielleicht fährt er ja auch auf die Autobahn. Das könnte ich sagen. Er dreht sogar rechts um, links um vorher, der Geier. Oder? Hat der stehen? Ist noch der? Da vorne ist er. Wir sehen ihn jetzt schon bei Minimap. Rechts rein. Da vorne rechts. Der blaue, ne? Ja, hier rechts rum. Ja. Ja. Alter, müssen wir denn die scheiß Hippi-Dienen fahren? Alter, können wir nicht unsere Karrieren so viel schneller machen? Ey, ist doch voll, das gehört dazu, mit dem Hippi-Bus zu fahren. Nicht immer hier die besten Sachen. Gibt es Schweißballen oder was? Aber wir nicht. Ich mach dir mal eine Markierung, fahre in die Richtung. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch einfach Haftbomben werfen oder so. Aber es macht Spaß. Oh, der nicht. Aber wir sind ja schassig. Gegner voraus. Oder so was rein, da. Gegner voraus. Wo sind die denn? Da, ein Bus. Recht vom Bus, recht vom Bus. Nicht so nah an. Okay, ich kann nicht schießen, weil ich auf der anderen Seite bin. Ja, er macht ja auch nichts. Ja, bleibt einfach mal stehen. Was ist denn los, Diggis? Wir haben ja auch eine einfache Zielscheibe. Ja, aber von wem? Die sind doch schon tot. Ist doch gar keiner da, der auf uns schießt. Du siehst das schon auf dem Mini-Bug. Ja, ja, ich seh das. Ich seh das. Ich seh das. Geh das, Gegner voraus. Da hat sich wieder noch einer vorher. Ja, aber das ist wieder nur... Im Herbie, Männer. Raus. Boah, der Bug ist schon gebacken. Stanna. Erst halten. Alter. Die ist dem Platz. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der fährt uns immer rein. Da war der letzte Fälle. Hier, oben hoch rechts. Achtung, pass auf jetzt. Und... Hä? Hier, da, 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 da. 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 Mach, mach, mach. Hilf doch jetzt in der Abkomme. Hier ist doch... Und fahr weg. Ja, ja, bin dabei. Sehr gut. Welche ist denn hier? Bleib mal stehen. Lass uns mal in diesen Herbie hier ausschreiten. Hinter uns. Ich bin mir schon so viele Schüsse gegeben. Aber jetzt hast du getroffen. Umdrehen, C, umdrehen. Ja, zurück. Ja, entspann dich. Rückwärts. Schön mit dem alten VW-Bus hier. Ist doch geil. Komm noch ein, Herbie. Nee. Fake News, das ist ein großer Herbie. Fahr weg. Er kann tanzen. Wo sind sie hier? Was ist denn? Braum. Ach, sauber. Das ist ein Nächsten auf andern Seite. Ich bin jetzt einfach hier hinten drin und werfen. Ein paar Haftpumpen. Auf die. Auto von rechts. Oh, das ist ein Buggy. Wie entspannt wie wir, weil drin sie sind und ab und zu mal ein bisschen was in der Luft gehen lassen. Okay, jetzt musst du nur die lange Strecke hier fahren. Na, ja. Ja, ja, ja. Du kannst auch hier rechts über den Flughafen fahren. Jetzt einfach. So. Und das ganz ansgegert. Fahr doch einfach nach rechts. Ich weiß nicht, wo wir gehen. Ich dachte, auf dem Weg oder so. Hier rechts zumindest ist es eine riesen Rollbahn. Rieses Rieses Rieses. Und das ist ein Rieses 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 Rieses. Okay, wir fahren hier einmal links hoch. Okay. Alles klar. Warte, aber links hoch. Darf wir uns in den Zaun einzuschürfen? Können wir uns auch überlang fahren? Oh. Was machst du? Hier, da geht es nicht durch. Ja. Ja. Ich kann auf der Seite leider nicht schießen. Das müssen wir alles machen. Schlag. Da, da bleibt mal hier. Warte mal. Jetzt kann ich wieder nicht schießen. Unser Bus hört sich an. Angehöhlen, die Pflichten, Asma. Amma, Amma, Hassel. Amma, Amadeus. Amma, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Am, Amadeus. Ja, rechts von uns. Nicht meine Seite. Sehr gut. er macht das top muss ich sagen wir machen weiter bitte macht weiter haben es quellen sagen mir macht weiter wir fahren auf eine felge kann das sein ja kann sein ich hab mich immer voll nah dran wir brennen wir brennen doch hinten aussteigen bleibt doch stehen oh ich krieg feuer von irgendwo wo denn hier von vorne der gelbe hier so lange tot wo hat der wagen nicht probiert Ja, ne, irgendwie hat der Hälfte auch gedacht, Alter. Wir brauchen einen neuen Tiersichter. Ja, den Schul-Van. Alter, ich hör uns mal kurz an. Ah, die Reifen weggeschossen. Ja, die sind da auch nicht drüber sehen. Boah, den hab ich ja gar nicht gesehen, dass da nur so'n Auflieger ist. Der Schulker fällt. Der Schulker fällt. Der Schulker fällt. Wie wechselt man eigentlich den Radiosender? Geht noch vor uns? Äh, linke, äh, äh... Ach, linke Steuerkreuz gedrückt halten. Und dann mit dem rechten einer losdreht. Ja, mir geht das nicht. Ach, ich hab's Radio ausgestellt. Super, weil der so einmal kurz hinterher geschossen hat. Was ist denn der alte Füße denn da? Gegner! Ja. Okay. Aber das kann ich ja. Hallo. Wir haben ja gar keine Reifen mehr, ey. Hinten links fehlt uns ein Reifen. Ja, das geht. Kann doch mal ein bisschen aufs Anderen. Kann doch mal auf einer Wälde fahren. Ja, das ist schon die ganze Zeit so. Ich denk mir, warum vibriert das so? Der nächste! Boah! Ich bin gleich tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Schmeck! Ender mich wegfahren! Ich bin tot! Boah! Leider gestorben. Der ist genau gerade und so schnell konnte ich mich gar nicht aufladen. Komm! Komm! Ja, ich bin AVEC. Also deswegen, C hat vollkommen recht. Aber ihr brennt. Ne, doch nicht. Gut. Bist du jetzt raus? Ja, ich guck euch zu. C hat ja unser eigenes Teamleben verballert. Ach, was stimmt. Oh, hier ist kein GPGS-Signal. Ein GPGS-Signal? Was? Hier ist kein GPGS-Signal. Ein GPGS-Signal. Ist ja nicht schlimm. Geht ja mir gerade aus. Und jetzt kommst du wieder. Ich hab nur noch eine Pfanzung. Ich muss dann wieder aufhören. Mach langsam. Sonst fallen wir gleich irgendwo runter. Entspann dich. Auch mit einer Felge. Fall ich hier. Auch mit einer Felge. Eine Felge. Äh. Sie sind nicht so hart zu gehen. Er ist Asi-Ate. Asi-Ate bitte. Asi-Ate. Asi-Ate. okay gefahr oder keine gefahr in die frage doch gefahr ein aussteigen und das ist ja immer wieder nicht reinfahren ja darum was hast du für eine woche alter ich bin doch ich will sie beschossen ja habe ich nicht doch an hier und wo ist die waffen wechseln warum kann ich mich hier nicht an lehnen doch ich brauche eine andere waffe ein wie kommt man aus diesen schleifen ja hier so noch das auto ich habe auch einen down und jetzt noch das auto hier jetzt kommt der hubschrauber ich muss ihn weg hier ich habe ihn hat er jetzt noch nie zu kommen ich gehe mal runter aber wir sollen hier raus wir sollen hier raus ich habe einen schluck getrunken aber wir haben kein auto wo hast du den geparkt ja aber der ist noch kaputt alter ja ich glaube es ist nur verlasse und dann kommt gleich eine sequenz oder so dann hat er gel ich habe keine tür mehr alter ok das auto lässt sich nicht mehr lenken wir müssen nur weg hier ist hier nicht ein auto eingezeichnet wir müssen nur weg hier wir müssen nur ein stück weg hier ja entspann nicht wir müssen nur weg wir müssen nur weg fack geschafft bestanden sehr gut stark stark männer komm 50 ich brauche es 30 30 ich brauche es nicht ich brauche es nicht warum kriegt ein paco 50 habe ich nicht ich habe 30 ja ja ich habe nur 20 bekommen jetzt habe ich 29.350 dollar bekommen ok dann sagst du die wahrheit das ist der wahrheit er weiß einfach wie man sonst kriegt es ja du weißt gar nicht wie gesieft er ist siehst du und da kommt der der schwurbler aus ihm raus da kommt der schwurbler er kann es nicht so stehen lassen es gibt noch eine andere theorie manfred s manfred s manfred s manfred s schwurbelscharf es gibt immer halt einen auf der party ja ja einer ist immer drüber und dann sinkt die stimmung jetzt hätten sich die ersten Leute guckt ja wir gändern jetzt auch ne also aus meinen händen kommen wieder geräusche raus aus mein handy sehe ich schon aus meinem job aus meinem auch aus meinen händen aus meinen händen kommen geräusche raus sie ist immer noch auf der trip mission aus meinen händen kommen geräusche raus ich sehe musik ich sehe musik auch nicht schlecht ja aus meinen händen kommen geräusche raus dann sehe ich sie ja ja knallhart ist das hier äh 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 wrestling was für ein ding sind wir eigentlich noch in der aufnahme ja diese schwarzen diese schwarzen teile werden immer weggemacht ein wrestling ich mache jetzt gleich ab mod und dann machen können wir noch eine machen aber bei mir hört einer klavier hier ja ja voller spaß dir so da sind wir wieder sehr gut wunderbar sind wir wieder auf einem map ja das war jetzt Nummer 4 5 was war das 5 das war sehr gut das hat mir gefallen ich hoffe mich hat das auch gefallen bis zum nächsten Mal tschau tschau Vielen Dank.